Manchmal haben wir vielleicht das Gefühl, dass dieser Kurs in Wundern zu langsam geht. Wir glauben, das müsste irgendwie schneller ablaufen. Wir glauben irgendwie, wir hätten es vielleicht nicht richtig verstanden und deshalb zeigen sich die Ergebnisse noch nicht so, wie wir sie wollen. Denn dieser Kurs in Wundern ist tatsächlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in den Himmel, in die Erkenntnis, dass Gott nur Liebe ist und daher wir es auch sind. Unser Denken ist so, unser Leistungsdenken ist so sehr daran verknüpft, dass wir glauben, dass diese spirituelle Erkenntnis, diese geistige Erkenntnis sofort kommen sollte. Sie steht uns sofort zur Verfügung, weil sie immer während in uns ist. Aber wir, die wir uns seit langer, langer Zeit so sehr darauf konditioniert haben, ein Körper zu sein, wir brauchen, und das müssen wir verstehen wollen, wir brauchen diese Zeit, um uns selbst zu erkennen. Vielleicht bist du manchmal ungeduldig. Vielleicht zweifelst du an dir. Ich kenne diese Zweifel. Ich kenne diese Ungeduld. Ich kenne auch die Phasen, wo ich den Kurs verflucht habe. Ich gesagt habe, so einen Scheiß. Ich habe ihn gegen die Wand geschmissen, voller Wut, weil nichts funktioniert hat, so wie ich mir gedacht habe. Und genau darum dreht es sich ja. Es dreht sich ja um Selbstentwirklichung. Es dreht sich darum, dass wir in die Phase kommen, wo wir vielleicht sehen, dass nichts mehr funktioniert. Und das ist meistens damit verbunden, dass wir wütend werden. Wütend auf den Kurs, auf Gott, auf uns selbst, auf alles. Und auch diese Wut muss sich zeigen. Jeder von uns kennt die Wut. Die Wut auf sich selbst. Die Wut, nichts erreichen zu können oder viel zu langsam zu sein und ähnliche Dinge mehr. Auch das geht vorüber. Auch das ist etwas, was in uns an die Oberfläche kommen will, sich zeigen will und in die Erlösung kommt. Ich kann mich wirklich auch noch an Phasen erinnern, da wurde ich schier verrückt. Ich habe den Kurs plötzlich begonnen, ihn völlig zu ignorieren, weil, wie gesagt, ich habe mich auch alleine mit diesem gefühlt. So ganz alleine. Ich war, es gab nicht wirklich jemanden in meiner Nähe, der diesen Kurs gemacht hat. Und heute haben wir gemeinsam eine wirklich wunderbare Möglichkeit, auch durch diese Wut und durch diese Ungeduld hindurchzugehen, in dem Wissen, ich bin diesbezüglich in einer guten Gesellschaft. Denn du hörst diesen Podcast hier nicht alleine. Es sind viele, viele, viele Teilnehmer. Und du liest diesen Kurs nicht alleine. Es werden weltweit, heute Morgen musst du wissen, dass weltweit Zehntausende, Hunderttausende diesen Kurs in der Hand haben und versuchen, den Inhalt hier zu verstehen. Und du kannst heute für diese Hunderttausende, kannst du ein Licht sein, indem du einfach akzeptierst, zumindest akzeptierst, was hier steht. Und durch deine Akzeptanz bist du ein Licht. Denn diese Akzeptanz wird genutzt und in dieses Lichtnetzwerk, so möchte ich es mal sagen, hineingebracht, um damit all diejenigen, die heute noch zweifeln oder wütend sind oder glauben, es geht so langsam, dass die durch dich einen weiteren Schritt machen. Hin in die Erkenntnis, Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Hin in diese Erinnerung, ich will zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Ich möchte ihm die Führung überlassen. Ich möchte nicht mehr selbst entscheiden, was ich tun soll, wohin ich gehen soll und was ich sagen soll. Für viele ist das bedrohlich. Ich wusste schon vor vielen Jahren, dass in dieser Lektion so viel Wahrheit ist. Ich wusste, dass es genau so funktioniert. Aber ich hatte eine solche Angst davor. Ich habe gedacht, wenn ich Gottfried jetzt zurücktrete, dann bricht das Chaos aus. Aber ich wollte nicht wissen, in welchem Chaos ich bin. Das Ego ist ja chaotisch. Es ist ja ein einziges Chaos. Und ich war der festen Überzeugung, dass wenn ich zurücktrete, das Chaos noch größer wird. Und er, überhaupt der Himmel oder der Heilige Geist, doch überhaupt keine Ahnung haben kann, wie diese Probleme gelöst werden. Das ist eigentlich lustig. Heute kann ich darüber lachen. Ich wollte wirklich nicht sehen, in welchem Chaos ich mich befinde. obwohl es deutlich fühlbar war, war ich der Ansicht, wenn ich zurücktrete, bricht das Chaos aus. Ja. Interessante Idee, über die ich heute wirklich lachen kann. Also herzhaft lachen kann, aus meiner Seele heraus lachen kann. Wie konnte ich mich nur so irren? Wie konnte ich nur glauben, dass das Chaos ausbricht, obwohl ich mich inmitten eines Megachaos befand? Ja. Und das soll dich ermutigen, zu sagen, ich will wirklich zurücktreten, damit das Chaos, in dem ich mich befinde, beseitigt wird. Und das ist etwas, was ich dir mit absoluter Sicherheit sagen kann. Wenn du zurücktrittst und wenn du keine Angst mehr vor dieser Lektion hast, wenn du einfach beginnst, sie zu akzeptieren, dann wird das Chaos, in dem du dich befindest, beendet. Weil dein Geist klarer wird. Weil die geistige Berichtigung stattfindet, die das kleine Ich, die Idee Gottfried, nicht machen kann. Das große Ich bin, ja, der große Geist wird es für dich tun. Ohne mit der Wimper zu zucken. Es gibt eine Art, in dieser Welt zu leben, die nicht hier ist, auch wenn sie es zu sein scheint. Du veränderst deine Erscheinung nicht, ob schon du öfter lächelst. Deine Stirn ist heiter, deine Augen blicken ruhig. Und diejenigen, die die Welt, wie du die Welt durchschreiten, erkennen, die ihren wieder. Diejenigen aber, die den Weg noch nicht gesehen haben, werden dich auch wieder erkennen und glauben, dass du bist wie sie, wie du es vorher warst. Die Welt ist eine Illusion. Diejenigen, die beschließen, zu ihr zu kommen, suchen einen Ort, an dem sie Illusionen seien und ihre eigene Wirklichkeit vermeiden können. Finden sie jedoch heraus, dass ihre eigene Wirklichkeit sogar hier ist, dann treten sie zurück und überlassen ihr die Führung. Welch andere Wahl könnten sie wirklich treffen? Illusionen der Wahrheit vorangehen zu lassen, ist Verrücktheit. Hingegen Illusionen der Wahrheit versinken und die Wahrheit als das, was sie ist, hervortreten zu lassen, das ist bloß geistige Gesundheit. Die Welt ist eine Illusion und du bist hierher gekommen, um diese Illusion vorzufinden. Du bist hierher gekommen, um das Chaos vorzufinden. Du bist hierher gekommen, um die Probleme, die in deinem Geist noch vorhanden sind, wahrzumachen. Also all dieses Chaos, all diese Probleme, das musste sich zeigen, damit du eine Entscheidung triffst. Ich will zurücktreten und ihm wirklich die Führung überlassen, damit dieses Chaos endet. Dann wirst du herausfinden, dass deine eigene Wirklichkeit sogar hier ist. Genau hier, dort wo du jetzt bist, ist deine Wirklichkeit. Dort wo du jetzt bist, ist die Wirkung. Und was willst du heute bewirken? Weiterhin dein Chaos oder dein Zurücktreten? Und wie schon öfters erwähnt, ich trete gerne, wenn es nur 10 cm ist, zurück. Wenn ich irgendwo ein Thema habe, ein Problem habe, ich trete einfach zurück und ich spreche diese Worte. Hey, ich will wirklich zurücktreten und dir die Führung überlassen. Ich kann hier nicht mehr. Ich weiß nicht weiter. Ich bin hierher gekommen, um Illusionen zu finden. Das habe ich jetzt mit Bravour gemacht. Und jetzt will ich zurücktreten und führe du mich heraus aus meinem Schlaraffenland. Führe du mich heraus aus meinem Traumland. Führe du mich heraus aus meinen Wunschbüchern, die ich geschrieben habe. Führe mich heraus und zeige du mir die Wirklichkeit. Und dann wirst du sehen, es gibt eine Art, in dieser Welt zu leben, die nicht hier ist, auch wenn sie es zu sein scheint. Du bewegst dich immer noch in deinem Körper voran. Du bleibst immer noch in deiner Arbeit oder auch nicht oder in deinen Beziehungen oder auch nicht. Du bewegst dich weiterhin völlig normal. In der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist das Entscheidende. Du bist nicht mehr von der Welt. Und wenn du nicht mehr von der Welt bist, schaust du auf eine völlige, andere Art und Weise auf die Dinge, die dir bisher begegnet sind. Du schaust sanft und weich darauf und nicht mehr urteilend und hart. Und deine Sanftheit, die du in dir findest, die dehnt sich aus über die ganze Welt. Deine Sanftheit ist das Licht, deine eine Wirklichkeit, die du sogar hier finden wirst. Denn sie ist auch hier. Sie hat dich ja nie verlassen. Also muss sie auch hier sein. Und wenn du deine Wirklichkeit hier ausdehnst, wirst du sie erfahren in allen Lebensbereichen. Zweifelst du immer noch, dass er dich aus all deinem Chaos befreien wird? Falls du jetzt noch einen Zweifel findest, gib genau diesen dem Heiligen Geist, sodass dein Zweifel endet und sich die Wirklichkeit zeigen kann. Und das ist die einfache Wahl, die wir heute treffen. Und es ist wirklich eine einfache Wahl. Und das ist ein weiterer Schritt. Jedes Mal, wenn ich wähle, mache ich einen Schritt. um irgendwo hin zu gelangen, muss ich den Weg gehen. Ich muss einen Schritt nach dem anderen tun. Und jede Lektion hier ist ein weiterer Schritt in deine Wirklichkeit. Dein Geist wird klarer, jedes Mal, wenn du dich entscheidest. Und du wirst frischer und lebendiger. Du wirst klarer. Und du wirst... In deiner Klarheit gibt es nichts anderes mehr, als sich dieser Wahrheit hinzugeben. Und in dieser Hingabe wird es dir leicht fallen. Und im Widerstand, da weißt du, was passiert. Da siehst du nur das Chaos. Dick deinen Widerstand ab. Du bist heute eingeladen, genau die Worte, die dir überreicht werden, zu akzeptieren. Du bist eingeladen, die Lektion, die dir durch den Kurs in Wundern überreicht wird, zu akzeptieren. Einfach nur zu akzeptieren. In deiner Akzeptanz findest du dich wieder. Und nicht in deinem Widerstand. Widerstand. Als Widerstandskämpfer warst du jetzt lange genug unterwegs. Mit allem im Widerstand eigentlich. Mit diesem, mit jenem, und der größte, ein unglaublich großer Schritt ist die Akzeptanz. Die Akzeptanz dessen, was ist. Wer akzeptieren kann, wer das akzeptieren kann, was jetzt da ist. Und gleichzeitig in diesem kraftvollen Prozess sich befindet, ihm die Führung zu überlassen, der richtet sich wirklich majestätisch auf. Der findet Heilung im Geiste. Und nur dort ist es. Und nur dort brauchen wir diese. Und dann werden wir sehen, dass du mit Gott in vollkommener Heiligkeit gehst. Ich gehe mit Gott in vollkommener Heiligkeit. Ich gehe mit Gott in vollkommener Heiligkeit. In Gott sind wir heilig. Und deshalb bist du aufgefordert, diese Heiligkeit auch zu fühlen. Das, was du fühlst, kommt in deine Erfahrung. Das, was du fühlst, wird in dir lebendig. Denken, fühlen, erfahren. Denken, fühlen, manifest. Das, das Manifest, erfahren. Denken, fühlen, erkennen. Und deshalb ist dieser Kurs in Wundern ein Kurs im Fühlen und nicht ein Kurs im Nachdenken. Wer nachdenkt, wird die gegenwärtige Liebe nicht erkennen. Fühle diesen Kurs. Fühle die Lektionen. Dein analytischer Verstand versucht, ihn zu zerpflücken, um mit einen Dingen übereinzustimmen und mit anderen Dingen im Widerstand zu sein. Leg deinen Widerstand ab. Akzeptiere jetzt, dass du in vollkommener Heiligkeit bist und mit Gott gehst. Wer mit Gott geht, wer kann dann noch Angst haben? Wer mit Gott geht, wer kann dann sich noch Sorgen machen um sein Leben? Gehe mit Gott in vollkommener Heiligkeit. Und das ist nur die simple Wahrheit, die den Gedanken der Schuld unmöglich macht. Die den Gedanken der Sünde unmöglich macht. Die den Gedanken von irgendwelchen Fehlern unmöglich macht. Es gibt keine Fehler, außer in unserem Denken. Und erlaube dir nun noch einmal, mit völliger Sanftheit und mit absoluter Hingabe die folgenden Worte zu fühlen. Ich gehe mit Gott in vollkommener Heiligkeit. Ich erhelle die Welt. Ich erhelle meinen Geist und jeden Geist, den Gott als Eins mit mir erschaffen hat. und ich gehe mit Gott und pH in Christen, bittre, Vielen Dank.